CL-RIC ist eine Produktionsgesellschaft aus Schleiden, die sich auf Funktionsverpackungen aus Karton und Papier spezialisiert hat. In den Kartonschalen von CL-RIC können Fertiggerichte bis minus 40 Grad eingefroren und bis 220 Grad Celsius erwärmt werden. Von reinem Zellstoffkarton mit PET-Beschichtung ab 2006 hinüber zu voll funktionsfähigen Papierschalen konnten durch die Anschaffung neuer Technologien in 2017 die Flächengewichte des Kartons stark reduziert werden, ohne Einbußen bei der Schalenstabilität zu haben. Dadurch können etliche Tonnen Karton eingespart werden. CL-RIC ist es gelungen, Papierschalen, die den hohen Anforderungen der Lebensmittelindustrie und deren lebensmittelrechtlichen Unbedenklichkeit entsprechen, ohne Kunststoff herzustellen. Das Qualitätsmanagement von CL-RIC trägt dafür ständig Sorge. Körnchen, 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 K